Hallo, ich bin Julia von dekadentdekaf.com, der führenden Marke für koffeinfreien Kaffee in Großbritannien. Heute stellen wir uns die Frage. Ist normaler koffeinhaltiger oder entkoffeinierter Kaffee mit der Paleo-Diät kompatibel? Zunächst einmal, was ist die Paleo-Diät? Kurz gesagt, die Paleo-Diät oder paleolithische Diät ist eine Diät, die auf dem Verzehr von Lebensmitteln basiert, die unsere alten Vorfahren wahrscheinlich gegessen haben, wie Fleisch, Nüsse und Beeren. Die Paleo-Diät schließt also Lebensmittel wie Milchprodukte aus, die in der Altsteinzeit vor etwa 2,5 Millionen Jahren bis vor 10.000 Jahren mit dem Aufkommen der Landwirtschaft nicht konsumiert wurden. Ist also normaler Kaffee Kaffee mit Koffein Teil der Paleo-Diät? Einfach gesagt, Kaffee war kein Teil der paleolithischen menschlichen Ernährung. Und schlimmer noch, Kaffee enthält Koffein, das anregend wirkt und Abhängigkeits- und Entzugserscheinungen sowie eine ungesunde Energieschuld und eine Kaffeesucht hervorrufen kann. Aber ist entkoffeinierter Kaffee mit der Paleo-Diät kompatibel? Viele Menschen auf der Paleo-Diät berichten, dass sie nur entkoffeinierten Kaffee konsumieren, da das Hauptproblem das Koffein ist, also sollte sich entkoffeinierter Kaffee langfristig als eine kluge Wahl erweisen. In der Tat ist der beste Weg, um eine ehrliche Vorstellung davon zu bekommen, wie sie auf Koffein reagieren, zu entgiften und dann wieder einzuführen. Daher ist ein 30-tägiges Koffeinfasten ideal, um die Entzugserscheinungen zu überwinden. Sie werden vielleicht sogar feststellen, dass sie sich ohne das Koffein besser fühlen. Entkoffeinierter Kaffee ist ideal für Koffeinentgiftungen, insbesondere Swiss Water Decaf, da er zu 99,9% koffeinfrei ist. Wenn sie nach der Koffeinentgiftung entscheiden, dass Koffein ein gesunder Teil ihres Lebensstils sein kann, besteht der nächste Schritt darin, ihren Koffeinkonsum zu überwachen. Möchtest du hingegen nach deiner Entgiftung nicht weiter Koffein konsumieren, dann ist entkoffeinierter Kaffee die ideale Lösung. Hier bei decadentdecaf.com empfehlen wir den Swiss Water Process zur Entkoffeinierung, der Wasser ohne Chemikalien, zur Entkoffeinierung der Kaffeebohnen verwendet und zu 99,9% koffeinfrei ist. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.decadentdecaf.com oder besuchen Sie unseren YouTube-Kanal für weitere Videos zu den Themen entkoffeinierter Kaffee, Koffein und Kaffee.